Hallo und herzlich willkommen zu dem E-Mail mit dem Dachruf. Heute werden wir uns wiederholen und in diesem Haus. Als erstes schauen wir nach links, lassen den Kopf nach vorne pendeln, auf die rechte Seite und wieder zurück. Bei der nächsten Übung heben wir abwechselnd die linke und die rechte Schulter Richtung Ohr. Einmal links und einmal rechts. Als nächstes versuchen wir die Arme rückwärts zu kreisen. Und wir wechseln die Richtung und kreisen nach vorne. Jetzt strecken wir den linken und rechten Arm auf die Seite und drehen den Oberkörper zurück. Der Kopf schaut dabei nach hinten als Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt kreisen wir die Hüfte. Und wir wechseln die Richtung und kreisen nach die andere Seite. Audio Hub Als nächstes versuchen wir ein Bein zu heben und vorsichtig nach vorn zu drehen, um das Kniegelenk aufzuwerfen. Wir schauen nach links, händen den Kopf auf die rechte Seite und wieder zurück. Audio Hub Audio Hub Audio Hub Abwechselnd heben wir nun wieder die linke und die rechte Schulter. Audio Hub Audio Hub Audio Hub Als nächstes kommen wir wieder zum rückwärts Arme kreisen. Audio Hub Und wir wechseln die Richtung und kreisen die Arme vorwärts. Audio Hub Jetzt strecken wir wieder beide Arme aus und versuchen den Oberkörper vorsichtig nach hinten zu drehen. Der Kopf als Verlängerung der Wirbelsäule schaut nach hinten mit. Wir kreisen nochmal die Hüfte in die eine Richtung. Audio Hub Und in die andere Richtung. Audio Hub Audio Hub Nun heben wir wieder abwechselnd ein Bein und versuchen den Unterschenkel nach vorne zu strecken. Audio Hub 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 Audio Hub